hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge let's play league of legends ich bin heute ranking mit dem alex hallo und im letzten game haben wir kläglich versorgt und in diesem game wollen wir es deutlich besser machen der alex spielt nidalee jungler und jinks adc obwohl ich lieber wenn gespielt hätte aber dann kam der weg vor mir und deswegen musste ich um schwingen auf jinks mal gucken was jetzt rauskommt irgendwie muss ich mich daran gewöhnen das mousepad was ich jetzt gekauft habe wundervoll kann nicht mehr in die siedeln aber im teamfight finde ich ist eine jinx deutlich effektiver wegen der passiven passiven die die mich nicht wegen der kuh ja das war doch die kürze ja sie machen so viel flächen schaden im late game warte warte mach die passiven nur move in speed und auch was anderes wenn ich schütze in den törern hübschen ist die den schulenden lassen uns gehen text wieder noch okay dass ich macht und erfolgt schluss und spät und 15 prozent text biet für sechs sekunden zwischen sechs sekunden bist du okay Aber so'n Vayne ist halt so'n super Duellierer. Die haben eine Lux als Supporter, ok? Vollkommen normal. Ja, ja. Ja, hast du gesagt, als ob es so. Irgendwas komplett Neues, ja. Das lässt sich schon wieder hinten. Boah, das Damage. Ich hab Thunderdots mitgenommen. Oh, der Lasteten bin ich grade auf Scheiße. Fuck. Ja genau, Treffer noch. Ey, ich hab irgendwie das Lasteten verlernt. Ohne Scheiße. Kräste schon hin, irgendwie. Früher war ich über der Babo um Lasteten. Ey. Du musst Hilfe? Nö, nö. Hat der sich entwählt? Äh, ich hab gesehen, äh, das ist das bisschen verpackt. Äh, ich hab gesehen, äh, das ist das bisschen verpackt. Äh, ich hab gesehen, dass hier eine Bandage geflogen ist, dann wusste ich, dass er da ist. Boah, ein Army macht so viel Damage, ne? Ey, Mann. Nehmen sie jetzt verpasst. Jetzt brauchen wir eigentlich ein Ward. Oh, da hätte ich noch ein bisschen weiter reingehen können. Ein bisschen verpennt. Nami macht das gut. Ey, Mann! Ist es? Schon wieder zwei CS verpasst, Alter. Für nichts. Hey, Digga. Ich schaue es mal neben. Nice. Das war gut von dir. Wenn ich hier irgendwas Gescheites kaufen, naja. Dann kaufe ich mir mal eine Pickaxe, Schuhe und zwei Heiltrinker. Oh, du hast einen Kick gemacht, Digga. Digga. Set gegen Yasuo ist ein Skillmatch, meiner Meinung nach, wo Set im Early eigentlich gewinnen sollte. Nein! Guck dir das, Alter. Du weißt nicht, ich kann mich schon wieder erhängen gehen. Ein Glück, dass die Vayne noch weniger hat. Warum mache ich denn Damage? Sie konnte sich ja nicht... Oh! Alter! Der hatte genau so viel Lack, Junge! Du hättest das sehen müssen! Du hättest das sehen müssen. Ich hab die Q auf den gemacht, bin an ihn gejumpt. Er tradet gut, ich jump weg, hiel mich. Er überlebt den Scheiß. Ähm, Yasuo geht drauf und killt ihn. Das ist auch mit richtigem Schweben. Nein, nicht gut. Ich bin sehr glücklich. Wow. das was ich will die mädchen nehmen sie ist der los sagt wo kann hat man die letzten geht es immer wieder gesehen hat zu werden als die es gespielt aus sag einfach ich kann mich auch so gut erinnern den ganzen Games mit es jemand los schießt du voll kackst übel zart vielleicht ja jetzt dann schossel auf der reis schade amokakobotten kommen der pass auf ja da ist er aber ich will wenigstens es ist was ich hier dass sich hier es ist war fach ich glaube ich habe den Autotag abgebrochen weil ich überhaupt nicht wusste wo ich gerade bin Junge ist das komisch da kommt ein Wave Push noch aus so das tut ich noch dick höher das mousepad so das mousepad Die Farben ging ja sogar noch voll okay. 777 Farben ist okay. Wenn wir uns mit den gewinnen, wir gewinnen, unser Jungler hat eigentlich viel zu sagen und man muss besser in Teamfights ne? Und Toplane ist immer noch eine Fiora. Deswegen dürfen wir nicht ins Late Game kommen. Fiora ist so ein Grund, die kann einfach so hoch auscarrieren. Schade. Oh nein. So bad. Ah, was sind... Ich wusste, es nahm mich hier, deswegen bin ich dann ein Tick deeper reingegangen, wo es ziemlich low aussah, war es dann im Endeffekt nicht so risky. Was? Egal, ich hab'n Double. Egal. 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 heute hinsicht es gibt es gerne die gewinnt seit 1 ist sehr gut ich mag meinen Namen als Supporter doch macht dann auch noch ein Game wenn du Bock hast Mumu ist oberer Seite des Rivers Wo ist der? Oberer Seite des Rivers Okay Okay Ist irgendwie mal Low? Nee Top-N reicht nun nicht aus Zinsch ist gut mit dem Alter Immer wie ich wieder auf den Kucketra- äh Macht eigentlich alles richtig Der macht auch öfters ein 2v1 ist mir aufgefallen Wir müssen auf die Bot Top-N achten Ach ja da Mumu hat uns abgefangen Hätte was werden können Aber vielleicht kriegst du ein Assist Mumu ist Top-N, sprich wir können etwas offensiver pushen jetzt hier Nee, kein Assist Okay, SS-Mitte Da haben wir ihn doch Nein! Scheiße, ich hab fehl geflasht Wui Schade Ich mich einfach die ganze Zeit daneben klicken mit dem Autotext Mein Dynamik gefällt mir gut Seine Set-Ultimate hat mir glaube ich nur 30 Damage gemacht Also Grund-Damage nur Das wäre so Der hat keinen einzigen, keinen Damage danach gemacht Hätte noch ein E machen können Nein Okay, ja Mumu ist Top-N No, der treibt mich auch noch Ist klar Hm, kein Assist Okay Wer kriegt mehr Assist bei Tower und wann nicht? Wie bei Tower, wenn du einen Autotext machst? Ich hab die ganze Zeit Autotext gemacht, das ist voll oft bei mir so Nein Piu Ey, ich hätte Mumu bekommen Egal Mumu ist Top-Name also Nein, nein, ist tot Ich hab gar keine Touching Mechanics Mit dem . In dem . Die hat mir schon immer gefallen Ja, okay, aber da warst du ja nicht ganz so sicher, oder? Ich hab die Das ist schon ein bisschen länger her, als ich gekauft In knapp drei Wochen oder so Da hab ich die richtig durchgesucht, das finde ich Der Farm geht ja sogar nach vollen Orten Ich dachte, ich würde mehr reinziehen Lass mal einen Draken machen Oh man, da fliegt die mit hin Warum? Kriegst du denn sogar noch? Ich weiß Ich muss einfach weiter Okay, wählen nur Flash Ich dachte, er läuft nach rechts Schöne Okay, ich kann hier mehr die Dossi Ich bin auf dem Weg Ich bin auf dem Weg 100% der Tode Oh mein Gott Das muss man leben Das muss man Das muss man Das muss man Ah, das ist wirklich Ich einfach auf der Top-League mit 4 Euro und noch dazu hat ein Zettel bekommen von Amumu Das können wir hier nicht freuen, also Kostmann noch heute auch mal an noch nie muss man schweiß Schatten weg machen die Laki 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 ich habe kein Plan mehr wo ich bin ich bin dort echt voll verpeilt ich so nur bin ich mehr da schon dass ich auch irgendwie längere Zeit haben Leute recht gespielt ich hab zu fünf Tage nicht mehr oder so wenn die letzten paar Tage noch so aus Spaß nicht so richtig ernsthaft ich muss das mit dir reinkommen auch ernsthaft ich hab mit das Teil nicht gerechnet ich fack mein Leben alles klar ja looks no flash ihr gehört zu haben Pushtus Leute ich hab mir einfach zwei mal die U-Kauf gekauft aufs Versehen der Tower hat wieder sind back Jetzt käme ich es nicht mehr zu verlieren. Nee, falsche Schuhe. Die sind richtig. Wo stehen die Typen denn? Das ist sogar noch positiv. Wurde eben 1.4 statt, und hat jetzt Kills gemacht. Buddy Low? Nö, weiß nicht. Was sehen? Nee, vorläufer. Es war eine Q. Das war auch eine Q von mir. Nein, mein Lux. Nein, ich hab immer noch Ultimate. Ich komm's auch von hier. Ich fick mein Leben, als er irgendwie hat es gar nicht mit Sperren. Pass auf! Mister, ich fick Tanks in drei Sekunden. Äh, Misses, so, Entschuldigung, Misses. Hast du gerade Mister gesagt? Ja, Mister. Shame on you. Shame on you? Shame on you. Ich hab' fang on you verstanden, Alter. Hey, lauf doch weiter. Hey, Mann, treff doch. Mann! Was tut sie die ganze Zeit? Komm, mach mir's sicher. Ey, nex, so, so. Mach mir's sicher. Du lumpen. Ey, Hilfe! Ja, ich bin da. Ja, komm. Mann, du hast mich nicht schwingen können. Mann, du hast mich nicht schwingen können? Ich hab' dich gehirrt, glaub ich. Aber ich hab' mich eingesetzt. Egal. So, ne chillige Runde, lol. Ein bisschen ranket. Ohne, ohne Verstand. Warum ült der ja so nicht? Der war eh tot. Der hätte ja noch ein Schild bekommen. Ich muss nur mal meine Mitte spielen. Boat, lehn lang nicht mehr gespielt. Kein Loll lang nicht mehr gespielt. Lockere chillige Runde. Ich spiel's gar kein Asium. Wie genau wie ich, Shako. Es kommt, der Sinch, Alter. Er ist aber richtig hart, alle zu ergiften. Easy-Peasy-Lemon-Squeezy. Interviewt das nicht den Schaden, nur von Vayne. Jetzt zieht er noch Ghost, Alter. Guck dir den auch mal an, Alter. Das verkündet sich. Ich laufe rum, alle laufen hinter mir her, ich bin voll am Verrecken. Aber er verreckt jetzt auch. Guck mal, Vayne verreckt sogar noch an dieser Scheiße, fast. Lass uns das jetzt finischen. Alles klar. Ich bin nicht geheilt. Ja. Mashallah, Bruder. Ja. Hey, Junge. Wir throwen das grad. Ich muss einfach mal Baron machen. Ich stehe jetzt auch noch auf 6-3. Anami ist auch ne gute Kombi mit Yasu. Oder Dragon können wir auch Control machen. Ja, ich mach Drake. Ich... Jetzt kommt es ins Schadet, ich will gucken, wie ich... Das ein Schaden daraus drückt. Na, da macht er nicht. Rängt halt nicht an. Loll. So. Hast du auf mich geguckt? Ne. Guter Junge. Guter Junge. Guter Junge. Das ist falsch gemacht. Nix. 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 Ok, wir werden noch keine Ultimate mehr. Ok, wir werden noch keine Ultimate mehr. Hör auf mich geguckt. Nix. Nix. gerade den Weg gemacht er war fast dauernd die hatte ich es nicht abgerechnet damit du überlebst wir schon gewesen es so niemals gewusst als hinsgruppen ziemlich aus ich stehe auch nur sechs vier älter, ich bin voll am sucken. Oh. Pio, heißes. So, ist jetzt over. Oh, geht gar nicht mehr. GG. Vielen Dank für's Zuschauen und Zuhören. War eine chillige Runde am Abend. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal, Leute. Ciao.